hi hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde worms wmd heute sind wir nur zu zweit mit dabei ist der gute buddai halli hallo und ich dachte mir ja so ein kleines one on one ist vielleicht auch mal ganz witzig ihr seht ja wir haben acht würmer eingestellt damit auf der karte ein bisschen mehr los ist weil ja zu zweit und dann irgendwie jeder nur ein wurm ist glaube ich ein bisschen langweilig oder und wir starten wie immer erst mal mit dem ladebildschirm von warm so wie es von uns gewöhnt ist richtig aber das ist ja recht kurz ja super du fängst an bei mir ist es so lange her bei dir auch oder du hast zwischendrin auch nicht noch mal gespielt ich habe zwischenzeitlich auch nicht noch mal gespielt richtig was sind denn die magnete hier gibt es in den beiden teamfarben ups ähm falsche taste die magnete wo bist du denn hier geflogen wasser was ist der denn hingeflogen der ist nach links weg ein wurm ach da huch habe ich ja gar nicht mitbekommen die magnete ja die magnete wenn du mal darauf guckst die blauen die drücken weg und die roten ziehen an okay den wurm oder die geschosse geschosse aber sie hatte gesehen wie die wie die cluster bombs alle zu mir rüber geflogen sind ich habe ich habe heute auch ein neues team wie man sieht und zwar sind das youtuber und wo will ich damit eigentlich hinschießen nirgendwo noch auf krank ich mag krank wo willst du hin nein die ist nicht für dich moment oder ach wie konnte man sachen auseinanderbauen wie ging das damit ach so so geht es natürlich auch so und jetzt wollen wir doch mal gucken ach dieser verdammte schluck auf hast du da in der hand eine bazooka war das ja ich hatte ok cool eine maschine wieder angeliefert ja direkt auf meinen kopf erschlagen da hinten damit wie steige ich ein dran kann das ding eigentlich hat es bohrt sich gerne das christliche nemo rein wahrscheinlich und man die mache ich das wahrscheinlich mit lebt es war nicht das war nicht nett der arme burrito wird cool jetzt bleibe ich hier drin einfach und keiner rein naja wahrscheinlich schon aber es will wahrscheinlich können richtig in rot zieht anders da gemeint ja das sieht man ja auch deswegen haben sie auch extra in an das rote an der recken fast dran gestellten gestellten wie schön so bloß ab nicht an mich rankommen ja du wieder mit einem kackgestützter ja ach wer war das eigentlich von mir ach das war Gronkh erst wenn ich mich bewege gell ja Gronkh war das Gronkh macht nie viel produktives oh nein ha 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 herzlich willkommen bei facebook na willst du nicht einschreiben ich kann mich ja noch nicht mal umdrehen ha 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 hey das ist ne bewegung ah 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 aber ich wollte im ich wollte halt aber guck guck mal wie gut ich weggekommen bin aber ich wollte eigentlich im sprung in den heli einsteigen ja das hat nicht funktioniert die idee war vielleicht gar nicht mal so schlecht so apropos idee äh ich hab da eine idee geil wäre es wenn der schuss wieder zurück geflogen käme boah er hat sich selbst noch erwischt sexy jay ja ha 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 besser wäre es bei sepp gewesen boah das ist doch so ein selbstmörder ja 130 hat funktioniert würde ich sagen ich denke aber das ist das meiste die Flammen ausgemacht haben oder äh ne da waren zwei Kisten noch mit bei und ein Ölfass da sind drei Sachen gleichzeitig explodiert ha 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 das ist echt schrecklich mein das Problem ist halt ich hab dann auch nicht kurz schlug oooooh schön schöne Sache ne krank war aber erst dran ja das ist richtig das heißt es dauert noch ein bisschen komm werf ab werf ab na also danke ich habe heute ein neues Spiel zu versuchen so machen dürfte funktionieren du hast da unten noch gar nichts rechts ist das voll 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 sinnlos oder rechts die Sache rechts die Sache ach du wieder mit deinen Luftschlägen ich muss aufholen ich muss aufholen hau ab eine Bombe oooooh der hätte ja wenigstens an der Kante hängen bleiben können ne so geht das nicht das ist das Rocket League Auto ach komm schon mal gucken was Two-Face meint reißen zu können ach ach scheinen momentan nix ach ach wieder an die Wand klatsch ja uuuuh na also ich find das übrigens witzig wenn du versuchst mit wie du mir so ich dir ok und tschüss bye bye NEIN was willst du mich verarschen ich hab's mir fast gedacht das Ding explodiert nicht bei Aufkommen äh nein das ist eine Bunkerbombe die bohrt sich durch ach ach weil du den direkt auf den Wurm gefeuert hast richtig oh man hey das ist total unruhig das ist normalerweise Physik deine Ecke müsste eigentlich da runter fallen ach das Spiel hatte noch nie Physik kommst du da nicht hoch du bist nicht so nein guckst du nicht warte mal lass mich let me think so meinst du da gibt es einen inneren Weg nach oben du 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 vorher auch schon gesehen. Ja, ich aber nicht. Obwohl, warte mal. Ich habe noch eine bessere Idee. Jetzt aber schnell. Das war ja so klar. Kuckuck. LOL. Oh, oh. Oh, oh. Da unten geht es ab. LOL. LOL. Zwei Würmer von mir getötet. Und der da oben. Der da oben, der hat keinen Schaden bekommen. Au. Aber kommt, ihr Sauf fast verreckt. So ein Lacker, ey. Was soll denn der da unten jetzt noch großartig anstellen? Das ist doch lächerlich. Ähm. Ich habe halt auch echt keine Ahnung, was die für einen Radius haben, gell? Aber es ist mir jetzt eigentlich scheiße egal. Ich habe ja eh keine andere Chance mehr. Oh, oh. Komm schon ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Ja, ja. Ja. Okay. Ich habe schon viel zu viele, viel zu viele Würmer verloren. Durch mega sinnfreie Aktionen. Durch absolute Lack-Situationen von dir. Lass es erst mal so klingen. Wie das? Kannst du damit springen? Natürlich könnte ich damit springen, wenn ich das wollte. Ach so. Komm, die 20 damage hast du mir auf jeden Fall gemacht. Ja, wahrscheinlich. So. Ja, 30. Hab ich ihn jetzt noch? Ich habe hier den 94 und hab da hinten den... Wow. Den Gesichtskürbis. Ja, aber echt. Kann das Ding eigentlich springen? Wenn du Enter drückst, findest du es heraus. Normalerweise ja. Ja, okay, lassen wir es. Ist aber nicht gerade ein guter Springer. Offensichtlich. Nee, ich nicht. Aber du kannst theoretisch, glaube ich, auf das Ding drauf springen, oder? Ja. Gibt es ja. Okay. Keine Ahnung, was es war. Ich auch nicht. Ich sehe es ja nicht. Und das da oben ist auch echt... Was denn? Was macht man denn damit? Ich habe echt keine Ahnung, was das ist, gell? Ich werfe es einfach mal zu uns da hoch. Okay. Okay, ging auch noch voll daneben. Na ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was da gleich rauskommt. Und? Ich glaube, das braucht eine Runde und explodiert dann erst. Achso, ernsthaft? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Steht da rum. Great Opening Simulator? Ja. Wo bist du? Wer bist du? Da oben. Okay, ich sehe ihn. Mhm. Ach, komm. Ich habe doch keine Chance mehr. Obwohl, als nächstes ist meine Haken-Nase dran. Also, du müsstest jetzt eigentlich meine Haken-Nase zerstören. Arbeitest du eigentlich mit Lineal, oder wie schießt du auf die langen Distanzen? Nö, Augenmaß. Nee, okay, ja. Lineal finde ich so gecheatet. Komm schon. Oh, man muss sogar noch länger warten. Alles klar, gell? Bist du eigentlich jetzt auf dieser Maschine drauf? Oder stehst du daneben? Nee, ich bin da drauf. Nee, du stehst auch daneben, oder? Ich bin da drauf. Ich bin da drauf. Das heißt, ich kann dich jetzt mit dem Baseballschläger nicht runterschlagen? Das weiß ich nicht. Aber du könntest theoretisch das Gewehr betätigen, dann würde ich runterfallen. LoL. Na, du hast das Gewehr weggeschlagen. Und bist hinterher gesprungen. Wow, das Geschenk war ja lame. Oh, Mann. Ich bin froh, dass ich nicht auf die Mine... Was war das jetzt eigentlich gerade? Das war der Flammenwerfer, der in die Luft gegangen ist. Und 106 Damage in meinem eigenen gemacht. Nein, das war dann noch... Das Feuer. Ja, ja, logisch, klar. Aber trotzdem... Dann bist du noch in eine Mine gefallen. Oh, Mann. Ach, was? Schau mal einer an. Ja. Bist jetzt endlich aufgestanden um 1 Uhr, hm? Ja, warum? Ich bin nach der Arbeit natürlich nochmal hingelegt. Also, ich hab hier noch ein bisschen was gemacht und dann hab ich mich hingelegt, aber... Ich bin so was für die fertig. Ah, nein, 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 nein. Yes! Oh, nicht auch ins Wasser! Ich hab noch einen einzigen. Ernsthaft? Und ich hab keine Luftschläge. Scheiße, ich muss wirklich offensiv gehen. Okay, wenig Zeit. Hep. Was hab ich denn zur Auswahl? Wow. Wow. Ich muss mit einem... Mit einem Hook da hoch. Oh. Nee, komm, das schaff ich eh niemals. Hast du nicht ein Jetpack? Muss man bei den Bananen Sekunden einstellen? Kann man. Nee, ich hab kein Jetpack. Wird erst in einer Runde freigeschaltet. Musst du nicht, kannst du. Wie denn? Taste 1 bis 6. Genau. Nur mit Block oder normal? Normal. Normal. Hast du auch grad schon zwei eingestellt. Ich seh das bei mir nicht. Ich hab nix angezeigt. Steht oben. Du hast grad zwischen 1 und 2 Sekunden hin und her gewechselt. Kann ich hier auch manuell nochmal zünden in der Luft? Wahrscheinlich nicht, oder? 3, 2, 1... Ja! Nein! Nein! Okay, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Und deiner müsste tot sein. Nein, Safa! Nicht! So, solange du keinen Luftschlag hast oder irgendetwas ähnliches, kannst du zumindest noch mal weitermachen. Okay. Komm schon, lass fallen. Lass fallen, Trash. Lass fallen. Was denn? Schön zu mir. Schön zu mir. Das heißt, Hilfe-Päckchen. Ja. So. Was schwebt gerade in deinem Kopf? Das wünschst du wahrscheinlich die ganzen Wochen... Nein! Nicht wirklich, du Tracksack! Du hast ja so einen schönen Brunnen, äh, so einen schönen Tunnel gebaut. Aber nach dem... Danach darfst du dich nicht mehr bewegen, gell? Nö. Muss ich auch gar nicht. Da kriegst du denn so schnell nicht raus. Ganz einfach. Ja, ich komm nicht über die Schild rüber. Nein! Was soll das denn? Doch! Okay, alles klar. So, schnell, schnelle, 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 schnelle. Gut, alles klar. Okay, 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 ich weiß, was ich mache. Okay, 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 okay. Okay, alles klar. So. Okay, natürlich kannst du jetzt mit einem guten Schuss mich natürlich komplett von der Blache befadern, ohne dich zu bewegen wahrscheinlich. Ah, dammit. Ich hab noch einen Fehler begangen. Ich bin zu weit aus der Höhle raus. Nein. Auf was fällt deine Wahl, hä? Oh nein, das lameste von allem. Er kommt rübergeflogen. Da hätt ich mehr erwartet. Das ist alles für heutes Video. Sorry, was ist die broadband hier? Alles gut. Okay, wenigstens ein Damage bekommen. Okay, das heißt, ich muss jetzt... Was ist das eigentlich für eine riesengroße Mine da oben? Das ist eine Panzermine. Also die reagiert nicht bei Drauftreten? Das weiß ich nicht. Okay. Nein, das Ding schießt ja auch in die andere Richtung. Ernsthaft? Ich hab gedacht, das schießt nur in die Richtung, wo es ausgerichtet ist. Nein, das Ding dreht sich auch um. Oh, ich hasse dieses Teil. Das heißt, ich muss irgendwie beide jetzt auslöschen. Du darfst mich natürlich nicht treffen. Du hattest auch nur eins, oder? Ich glaub schon. Kann natürlich sein, dass du irgendwas auseinandergenommen hast. Nee, okay, alles klar. Bazooka-Action. Irgendwie ziehle ich immer schlechter, hab ich das Gefühl. Ich wollt grad sagen, willst du dich selbst abschießen, oder nicht? Ich weiß nicht, was unpopulär ist. Boah, das wird halt hier echt so langsam zu einem Geduldsspiel. Wenn man sich genau überlegt, nach und nach. Ach, scheiße, zu wenig Damage. Ich find das immer interessant, dass ich mir mehr weh tue, als du mir. Das ist aber bei mir eine ganz schön Kackrunde, muss ich sagen. Nein, nicht ernsthaft, oder? Nein, 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 okay, alles klar. Ich hoffe, dass der eine nicht 90 Damage gedrückt hat. Ach. Okay, alles klar, 9 Damage, easy. Problem ist... Nein! Okay. Hör mal auf! No, wir werden doch entspannen. Yes! And soft. Oh, man. GZ, Trash, GZ. Vielen Dank. Auch wenn viel Lack dabei war. Der Wahnsinn. Entschuldigung, die letzte Aktion war wirklich nur Glück. Ja, vor allem, dass ich auch immer wieder... Du hast drei oder vier Anläufe hat deinen scheiß Stand entgegengebracht, bis du dich wirklich mal drüber katapultiert hast. Jedes Mal gegen die Wand geschossen, zurückgepauzt, nochmal gegen die Wand geschossen. Meine... Ich hab grad mal drei Würmer getötet, ernsthaft? Ja. Und vier von mir sind gestorben, das heißt, einen hab ich selber umgebracht. Ja. Und zwei von mir sind gestorben, aus irgendeinem Grund. Naja, okay. Hoffe ich, ihr hattet euren Spaß. Ich fand's witzig. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank auch an Budai. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.